Heute geht es los mit Part 3 unseres Angular-Tutorials. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Tutorial. Heute geht es um Angular, beziehungsweise um den dritten Part und die sogenannte Angular CLI. Die CLI ist eine Konsole, ein Konsoleninterface mehr oder weniger, das werde ich gleich noch ein bisschen genauer erklären, was einem ermöglicht, Angular-Projekte zu erstellen, zu erweitern, neue Proponenten zu generieren und viele lustige Sachen damit zu machen. Das heißt, unser heutiges Ziel ist, einmal unser Angular-Projekt zu erstellen, alle nötigen Komponenten, Interface, Module, Services und so weiter uns ebenfalls generieren zu lassen und unser Grundkonstrukt für unsere spätere App sozusagen erstellen und fertig zusammenschustern, sodass man grundsätzlich schon mal alles ein bisschen sieht. Das ist das, was wir heute machen werden, dann haben wir ordentlich was vor uns. Also viel Spaß und los geht's! So und los geht's mit dem heutigen Video. Heute geht es darum, die Angular CLI zu verstehen. Was heißt, unser Projekt zu initialisieren, alle benötigten Komponenten zu erstellen, alles richtig zu formatieren, sodass wir im nächsten Video starten können, die einzelnen Komponenten miteinander zu verketten und die Optik dazu anzupassen. Grundsätzlich müssen wir hier als erstes sagen, wir erzeugen uns einen neuen Ordner. Das machen wir über die Kommandozeile. Diese könnt ihr je nach Betriebssysteme über unterschiedliche Wege öffnen. Bei Windows beispielsweise einfach im Datei-Explorer oben in der Zeile, wo eure Dateifahrt steht, cmd eingeben und Enter drücken. Dann wird das Verzeichnis, was ihr gerade geöffnet habt, in der Kommandozeile im Terminal auf Mac beispielsweise geöffnet. Wie das bei Linux oder Mac ist, weiß ich leider nicht genau. Ich nutze diese beiden Systeme nicht. Allerdings kann ich aus Erfahrung sagen, dass es überall sehr ähnlich ist. Für Windows nutzen wir hierbei die Befehle mkdir. Das erzeugt ein neues Verzeichnis mit dem Namen Angular-Tutorial. Über den Befehl cd, Angular-Tutorial, gehen wir in dieses Verzeichnis und sind nun in dem Verzeichnis Angular-Tutorial. Hier erzeugen wir uns wieder mit mkdir ein neues Verzeichnis namens Server. Das ist später im siebten Video dieser Tutorial-Reihe wichtig. Und installieren mit npm install minus g at Angular CLI die Angular CLI global. Das könnten wir theoretisch auch eine Ebene darüber machen. Das ist relativ egal, weil es mit dem minus g sowieso global installiert wird. Und in dem Moment, wo dort npm install steht, bedeutet das, wir nutzen den Node Packet Manager. Das heißt, ihr solltet Node in der neuesten Version auf eurem Rechner installiert haben. Wenn die Angular CLI nun vollständig installiert wurde, das kann einige Minuten dauern, muss dieser Befehl ausgeführt werden. Und zwar ng-new-to-do-list. ng-new ist dabei einfach die Befehle. Wir wollen ein neues Angular-Projekt aufsetzen in dem Verzeichnis Angular-Tutorial. Und das Angular-Projekt heißt to-do-list. Das bedeutet, dass wir im Folgenden zwei Fragen gestellt bekommen. Einmal, ob wir Angular Routing hinzufügen möchten, und das möchten wir nicht. Und welches Style-Sheet-Format wir nutzen wollen. Das sagen wir jetzt, beziehungsweise sage ich einfach, wir nutzen SAS. Das Ganze ist einfach cooler als SCSS und deutlich cooler als CSS. Das nächste, was wir machen über CD, gehen wir in unseren To-do-List, also in unser eigentliches Angular-Projekt. Hier können wir jetzt neue Komponenten generieren. über ng-generate-component-pagelist. Dabei ist pagelist der Dateiname oder der Komponentenname, dem wir frei vergeben können. Und ng-generate-component bedeutet, wir erzeugen eine neue Komponente. Komponente sind, oder Komponenten in Angular sind einfache Bestandteile, aus der später die App zusammen generiert wird. Das muss man sich so vorstellen, wie in WordPress beispielsweise, die Header-Datei, die einfach irgendwo reingeladen wird. Das ist sehr praktisch und dazu werden wir gleich auch noch mehr machen. Aber da Programmierer relativ faul sind, können wir das Ganze leichter machen und müssen uns da nicht so viel Arbeit machen, diesen Dateinamen so auszuschreiben, sondern wir kürzen das einfach weg, sodass am Ende nur noch ng-g-c-pagelist rauskommt. Was heißt, das generiert uns eine neue Datei. Wenn wir das gemacht haben, müssen wir noch weitergehen. Das heißt, das Nächste, was wir machen wollen, ist ng-g-c-template-template-to-do. Das heißt, wir erzeugen eine neue Komponente in einem Unterverzeichnis. Das heißt, ich erschaffe einen neuen Ordner. Dieser Ordner heißt Template. In diesem sage ich Template-to-do soll dort drin erstellt werden. Bei Unterstrich Template, also dem Verzeichnis, handelt es sich um eine Formatierung von mir. Die ist nicht von Angular vorgegeben, sondern ich persönlich handhabe Angular-Komponenten so, dass, wenn ich Komponenten erstelle, die in sich geschlossen sind, allerdings nicht selbstständig irgendwo eine ganze Seite füllen. Diese formatiere ich mir selbst einfach in Template, sodass ich weiß, hey, die kann ich überall verwenden. Allerdings sind die halt nicht so, dass ich damit eine ganze Seite füllen kann. Also es würde niemals eine Seite dorthin verlinken. Auf diese Weise erzeugen wir uns jetzt quasi als erstes Pagelist. Das heißt, im Anschluss Template-to-do und noch Template-to-do-form und Template-header. Das heißt, insgesamt erzeugen wir vier Komponenten, aus denen später unsere To-do-Liste besteht, die mehr oder weniger das widerspiegeln, was wir in unserem Design-Video letzte Woche ja schon konzipiert haben. Nämlich einmal, wir haben eine Komponente, die heißt To-do-Form. Wir haben einen Header, der sich wiederholt. Und wir haben einen To-do-Punkt, der sich diverse Male wiederholen wird, je nachdem, wie viele Punkte es später wirklich gibt. Das nächste, was wir brauchen, wir brauchen einen Service. Das geht ähnlich, nämlich mit ng-service-data. Data ist hierbei der eigentliche Name unserer Service, den wir erstellen wollen. Und das können wir ebenfalls wieder rauskürzen. Das heißt, später steht dort einfach nur noch ng-gs-data. Das Problem ist, wenn wir alles auf eine Ebene generieren würden, hätten wir später keine große Übersicht. Deswegen sage ich hier auch wieder Unterstrich Service und speichere alle Services grundsätzlich in diesem Verzeichnis, sodass ich weiß, okay, dort liegen alle meine Dienste. Services sind in Angular eine einfache Möglichkeit, Funktionen für alle Komponenten zugänglich zu machen. Das heißt, wenn ihr so etwas habt wie ein Drag-and-Drop-Custom-Geschichte, ein Slider oder wie in unserem Fall mit Data, einfach die Zugänge zur Datenbank, also einfach die HTTP-Calls, die HTTP-Clients und so weiter, das schmeißen wir alles in einen Service, sodass wir aus jeder Komponente darauf zugreifen können, ohne das in jeder Komponente neu zu vergeben. Das heißt, es ist so etwas wie globalisierte Funktionen, die ihr einfach überall verwenden könnt. Das ist sehr praktisch und wird häufig am Anfang viel zu wenig genutzt. Das nächste, was wir machen, ist, wir sagen ng-gi und dann to-do. Dasselbe machen wir auch noch einmal mit ng-g-event-ping. Und dabei handelt es sich um Custom Interface. Also das i steht für Interface und handelt einfach davon, dass wir einen Datentyp definieren, den wir später gezielt ansprechen können. Das hat damit zu tun, dass das Ganze eine bessere Ordnung kriegt sozusagen. Und das Ganze speichern wir deswegen ebenfalls in einem Unterordner ab, nämlich in unterstrich Interface-to-do. Das machen wir natürlich auch mit Event-Ping. Und jetzt haben wir alle Komponenten, alle benötigten Dienste generiert, die wir für unsere To-Do-Liste brauchen und müssen jetzt im Prinzip einfach nur noch ng-serve eingeben. Und theoretisch, wenn ihr das macht, sollte Angular schon starten. Allerdings würde sich, ja, es würde nichts passieren. Wenn ihr hier allerdings minus minus open, also das Ganze flaggt, dann wird sich automatisch, in dem Moment werden wir den Befehl ab, also mit Enter bestätigt, wird in dem Moment Angular starten. Ihr solltet so etwas Ähnliches in eurer Konsole sehen und in eurem bevorzugten Standard-Browser wird sich Angular öffnen in einer Demo-Version. Und hier machen wir jetzt mal direkt weiter. So, das Ganze sollte jetzt so ähnlich aussehen wie hier. Wir haben ein Verzeichnis. In diesem Verzeichnis sind zwei Unterverzeichnisse. Einmal Server, da ist nichts drin, und To-Do-List. Hier ist eine ganze Menge drin. Was genau, werde ich gleich erklären. Aber grundsätzlich hier in der Seite findet ihr das Standard-Angular, ja, die Standard-Angular-App, die Angular einfach generiert, in dem Moment, wo sie gestartet wird. Allerdings sieht der ein oder andere wahrscheinlich hier, dass ich nicht Atom benutze. Und zwar nutze ich in diesem Video, in dieser Videoreihe Visual Studio, beziehungsweise Visual Studio Code. Das hat den einfachen Grund, dass Atom zwar wunderbar funktioniert mit Angular, allerdings hierzu einige Plugins nötig sind. Bei Visual Studio Code funktioniert das Ganze etwas besser von Haus aus und deswegen werde ich in dieser Videoreihe Visual Studio Code nutzen. Und weil mir immer wieder Leute gesagt haben, dass dieser Editor so viel besser ist als Atom und ich den einfach nutzen soll. Grundsätzlich fange ich jetzt erstmal einfach an und erkläre Angular. In der obersten Ebene findet ihr einmal den SRC-Ordner, den Node-Modules-Ordner und den E2E-Ordner. In dieser müsst ihr eigentlich nie etwas machen, können die daher komplett ignorieren. Das gleiche gilt für diese Datei, für die gitignore. Die Standard, also Angular wird standardmäßig mit einem Git-Verzeichnis, mit einem Git-Repository generiert. Deswegen findet ihr eine gitignore und eine readme-Datei. Die sind alle relativ unwichtig. Was wichtig ist, ist die Package-Json. Hier drin stehen jede Menge Sachen. Ich blende einmal kurz meine kleine Minimap aus. Die brauchen wir in diesem Video nicht und mache das Ganze mal ein kleines Stück kleiner. Hier drin findet ihr nämlich eine Übersicht, einmal von den Befehlen, die es so gibt, wie zum Beispiel ng-serve, ng-build, ng-test, ng-lint. Zu diesen drei werden wir in dieser Tutorial-Reihe nichts mehr machen. Das sind eigene Projekte, die eigene Schwierigkeiten mit sich bringen. Und hier findet ihr alle Dependencies, also alle Elemente, alle Libraries, die ihr eingebunden habt. Und hier unten alle Dev-Dependencies, wie zum Beispiel hier Karma oder Jasmine, was zum Testen, also bei ng-test genutzt wird. Das ist ganz praktisch, dass man diese Datei im Hinterkopf behält, weil hier müsst ihr öfter mal etwas anpassen, wenn ihr irgendwelche externen Dependencies generiert und irgendwas neu verlinken müsst oder gucken wollt, welches die neueste Version ist. Wir sehen hier im Großen und Ganzen nutzen wir die Angular-Version 7.0. Das ist auch wichtig, die kam vor einiger Zeit raus und ist daher noch sehr aktuell. Zumindest zu dieser Zeit dieses Videos. Wenn ihr es irgendwann 2020 anguckt, gibt es hier wahrscheinlich schon eine neue Version. Grundsätzlich wagen wir uns jetzt weiter, beziehungsweise tiefer in Angular, indem wir in den SRC-Ordner gehen. Und das ist der Source-Ordner. Und hier drin werdet ihr die meiste Arbeit haben. Und zwar findet ihr hier einmal unsere Style-SAS-Datei, die einem direkt ins Auge springt. Ich scrolle mal wieder etwas ran und mache auch dieses an der Seite mal etwas größer. So. Diese SAS-Datei ist wichtig, weil wenn man sie öffnet, kann man hier globale Styles vergeben. Ist nicht weiter entscheidend, werden wir aber später, beziehungsweise im nächsten Video brauchen. Diese drei Dateien hier unten sind für uns erstmal nicht so wichtig und werden wir in diesem Tutorial kaum verwenden. Wichtig ist hier allerdings die Index-HTML. Weil in dieser Datei, wenn man sie öffnet und hier benutzt, in dieser Datei werden später alle, unser WordPress-Rezip, unsere gesamte Angular-App wird auf dieser Ebene verlinkt, hinzugefügt. Und falls ihr irgendwas auf diese Ebene verändern möchtet, beispielsweise Meta-Tags hinzufügen, findet das hier statt, beziehungsweise über bestimmte Wege in Angular. Das nächste, was wir machen, ist hier auch unser Favicon, was hier liegt, was standardmäßig, wenn ich das hier mal klein ziehe, hier oben dieses kleine Icon ist. Das könnt ihr natürlich später customisen, wie ihr möchtet. Tiefer in die App geht es dann in Assets. Assets ist im Prinzip ein Ordner, der aus jedem Punkt in Angular erreichbar ist, indem man Punkt Slash Assets schreibt. Was heißt, hier sollten später alle Schriften, Formen, also SVG-Grafiken, Bilder, alles, was ihr an externen Medien verwendet, sollte in Assets landen. Das ist sehr wichtig, weil dort auch standardmäßig, wenn ich eine App öffne, die ich nicht gebaut habe, suche ich nach einem Bild in Assets. Das sollte man daher handhaben so, und das sollte auch immer so sein. Environments ist relativ unwichtig und könnt ihr genauso wie Karma, Main, Polyfill, Browserlist und so weiter alles erstmal ignorieren. In diesem Verzeichnis ist wichtig, Faficon, Index und die Style CSS. Außerdem generieren wir uns jetzt auf diese Ebene hier einfach einen neuen Folder, ein neues Verzeichnis und nennen das Sass. Was hier später reinkommt, werden wir oder werde ich im nächsten Video erklären, wenn wir beginnen, das Ganze optisch anzupassen. Tiefer geht es dann, wenn wir hier auf App klicken. In App seht ihr jetzt schon, das kommt euch bekannt vor. Hier ist unser Pagelist, unser Template-Verzeichnis, unser Service-Verzeichnis und unser Interface-Verzeichnis. Außerdem finden wir hier eine App-Module-TS. Und diese Datei, die App-Module-TS, ist die wohl wichtigste Datei in Angular. Wenn ich darauf klicke und das Ganze hier mal etwas kleiner ziehe, dann seht ihr, hier wird eine Menge Zeug importiert. Und das sind jetzt nur die Standardwerte. Das heißt, standardmäßig werden diese beiden Komponenten importiert, direkt aus Angular Core. Ups. Und hier drunter werden dann alle weiteren Komponenten importiert. Standardmäßig die App-Komponente, die standardmäßig in dem Moment, wo man Angular generiert, erstellt wird. Und unsere vier Komponenten, die wir generiert haben. Außerdem finden sich hier unten auch direkt, dass die deklariert werden, unsere vier Komponenten. Und hier werden noch alle Module definiert. Später hierzu mehr, wenn wir wirklich damit arbeiten und verschiedene Module benutzen, verlinken und so weiter. Was heißt, in dieser Datei werden wir eine ganze Menge machen. Und die ist für Angular wirklich grundlegend und sehr, sehr wichtig. Grundsätzlich besteht jede Komponente aus immer den gleichen Dateien. Einmal einer App-Komponent-TS. In unserem Fall heißt das halt, weil diese fünf Dateien werden halt standardmäßig generiert. In dieser wird alles verlinkt, was an TypeScript Logik hinterlegt ist. Was heißt, beispielsweise ist das hier die App, die ihr hier an der Seite gerade seht. Was heißt, wenn ich hier den Titel ändere, zu zum Beispiel Demo, das Ganze abspeichere, dann wird das neu generiert im Hintergrund. Und hier oben steht jetzt Demo. Was heißt, das, was ich hier drin schreibe, ist TypeScript. Und hier drin könnt ihr gezielt Module verlinken. Ihr könnt gezielt eine Klasse definieren und noch vieles, vieles mehr machen, was wir im Laufe dieses Videos, beziehungsweise dieser Videoreihe lernen werden. Das nächste ist unsere spec.ts. Diese wird standardmäßig von Angular mitgeneriert und ist einfach nur ein Test. Die spec.ts-Dateien werden wir uns in diesem Videotutorial nicht ansehen. Dazu werde ich eine dedizierte Reihe machen, weil das Testing mit Angular schon ein großes Thema für sich alleine ist. Die SAS-Datei ist sehr einfach. Und zwar in dem Moment, wo ich hier drin etwas definiere, wird es angewendet. Aber alles, was ich hier drin definiere, wird nur für meine eine Komponente angewendet. Was heißt, es ist nicht global. Das heißt, wenn ihr hier drin eine Variable definiert beispielsweise, dann könnt ihr die nicht mehr in anderen Komponenten verwenden. Deswegen haben wir uns hier unten unser SAS-Ordner angelegt. In der HTML-Datei steht einfach der HTML-Aufbau unserer Seite drin. Was heißt, wenn wir das jetzt hier einfach alles weglöschen und abspeichern, dann aktualisiert sich das und ihr habt nur noch das hier oben. Gleichzeitig, wenn ich jetzt hier Hallo reinschreibe und das Ganze abspeichere, dann steht hier an der Seite Hallo. Was heißt, das ist einfach unsere Übersicht, eure HTML-Datei, die in dieser Komponente geladen wird. Hier finden wir dasselbe und zwar mehrfach. Was heißt, hier haben wir einmal wieder diese vier Dateien, die wir auch hier haben. Die erfüllen exakt denselben Zweck, sind nur in einem weiteren Unterordner. Hier haben wir Template mit ebenfalls unseren drei weiteren Komponenten, die ebenfalls alle identisch aufgebaut sind mit allen den identischen Funktionen. Was heißt, das müssen wir nicht weiter erklären. Ein Interface sehen wir hier. Das heißt, wir haben ein To-Do-Verzeichnis oder eine To-Do-Datei, das exportiert ein Interface namens To-Do. Und ich sage jetzt beispielsweise, ein To-Do-Punkt besteht aus einigen verschiedenen Punkten. Beispielsweise haben wir hier eine ID. Diese ID ist im Normalfall eine Nummer. Das können wir so definieren. Was heißt, das To-Do-Objekt besteht zusätzlich noch aus einem Label. Dieses Label muss aber nicht gesetzt sein. Was heißt, wir brauchen nicht unbedingt ein Label, um ein To-Do-Element zu erzeugen. Deswegen sagen wir hier hinten dran so ein Fragezeichen mit Doppelpunkt. Und das Ganze ist ein String. Was heißt, das wird später ja aus einem Wort bestehen. Das nächste, was wir hier in einem To-Do machen können, ist beispielsweise, wir haben noch Status. Das Ganze müssen wir auch haben. Ein To-Do-List muss einen Status haben. In unserem Fall ein Boolean. Was heißt, True oder False. Hier kommen später noch einige Elemente hinzu. Für unseren Demo-Zweck reicht das aber. Das heißt, ihr definiert in diesen Dateien einfach nur das Objekt, in dem Fall To-Do, und in unserem anderen Objekt Event-Ping. Das könnt ihr oder werden wir im Laufe des Tutorials noch weiter definieren. Für heute ist es erstmal genug. Der letzte Punkt, mit dem wir uns beschäftigen, ist der Service. Ein Service sieht ähnlich aus. Hat allerdings keine HTML-Datei, aber hat auch eine Spec-Datei. Was heißt, den können wir ebenfalls testen. Und hier können wir auch Module importieren, falls wir welche für diesen Service brauchen. Und können hier bestimmte Elemente hinzuziehen, die dann später beispielsweise in unserer Page, in unserer Page-TS genutzt werden können. Ist jetzt natürlich relativ sinnlos, wenn wir eh alles auf einer obersten Ebene generieren. Aber später ist es wichtig, dass man Dienste auslagern kann mit Hilfe eines Services. Und es gibt noch viel mehr Elemente, die Angular zu bieten hat, wie Modules, wie Klassen beispielsweise und so weiter. Über diese Punkte werden wir uns in diesem Video erstmal wenig Gedanken machen, beziehungsweise in dieser Reihe wenig Gedanken machen. Dazu kommt dann mehr, wenn wir wirklich in Zukunft mehr mit Angular machen. Grundsätzlich ist das der Aufbau von Angular. Das heißt, damit werden wir uns die nächsten Wochen beschäftigen. Und ich werde immer wieder in diesem App-Verzeichnis mit euch Ordner und Dateien bearbeiten, sodass wir wirklich zu einem guten Ziel kommen. Aber das Abschließende, was wir heute natürlich noch machen müssen, ist das Ganze als Git-Repository, als Initial Push auf unseren Git zu speichern, sodass wir die nächsten Wochen immer wissen, wo genau wir anfangen müssen. So, das war es später für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik oder sowas habt, findet ihr unten in der Videobeschreibung Links zu Twitter, Facebook, Instagram und wie sie alle heißen, aber auch zu Discord und Patreon. Auf Patreon könnt ihr euch direkt alle Videos ansehen, wenn ihr wollt, oder einfach diesen Share unterstützen. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin und viel Spaß. Ciao.